Musik Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Aga.io Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Zumindest wenn ihr das Video guckt, wann das rauskommt, wie immer, ne? Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Mir fällt gerade auf, dass ich in meinem fleißigen Enthusiasmus hier bezüglich dieses Videos vergessen habe, hier irgendwie allen möglichen Scheiß einzustellen, wie beispielsweise den Hintergrund und dass man hier die Masse angezeigt kriegt. Aber egal, ich denke mal, das ist nicht sonderlich tragisch. Außerdem sterben wir sowieso noch 50.000 Mal in dieser Folge. Ich kenne uns ja, oder ich kenne mich ja, deswegen denke ich mal, macht das nichts. Gem konnte da oben gerade jemanden fressen, das ist doch schon mal was Schönes. Und Pray for Paris ist jetzt auf Platz 1. Hm, bisschen spät, Jungs. Was soll das? Das war letztes Mal schon. Ach Gott, immer diese Leute, die so spät reagieren. Egal. Agario Master ist auf Platz 7. Das passt ja nicht ganz so wohl. Ach ja, gut, egal. Ich ändere wie jede Folge übrigens wie immer meinen Nickname. Wenn mir nichts Dummes einfällt, schreibe ich irgendwas Dummes dahin. Macht Sinn, hoffe ich doch mal. Oboe oder Oboe. Ich glaube Oboe. Oboe macht keinen Sinn. Nein, 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 nein. Da bin ich mir relativ sicher. Irgendetwas wollte ich gerade eben ansprechen, habe es aber mal wieder vergessen. Da unten ist Boya. Boya, ey, geil. Boya wollte uns fressen, aber Boya kann mich jetzt mal. Das war zwar mehr Lack als Verstand, aber hey, das muss ja keiner wissen. Was wollte ich? Achso, wir haben wie üblich jetzt, also was heißt wie üblich, wir haben jetzt Samstag heute. Beziehungsweise wir haben jetzt momentan 15.47 Uhr, sehe ich gerade. Und wenn wir 15.47 Uhr haben und die Folge um 18 Uhr rauskommt, ach schön, ich mag das. Ich habe ehrlich gesagt gestern ein wenig verplant an Agar zu denken, beziehungsweise war dann beschäftigt, war dann irgendwann um 2 Uhr zu Hause. Hat dann um 2 Uhr gestern Nacht das Speedbild fertig aufgenommen, den zweiten Teil davon und hat das dann fertig geschnitten. Das sieht übrigens jetzt mal ein bisschen anders aus. Der eine oder andere wird das dann gleich sehen. In einer Stunde kommt ja der erste Teil davon wie üblich raus. Der zweite Teil ist doch noch gar nicht hochgeladen. Beziehungsweise es sei denn gerendert. Da oben ist der erste Teil, gerade wenn ich da oben draufgehe. 0 von 1 hochgeladen, ist doch toll, der ist immer noch nicht fertig, was ein Quatsch, ey. Naja, gut, er hat noch 3 Stunden Zeit fertig zu werden, also ich denke mal, es wird relativ optimistisch werden, dass das heute pünktlich rauskommt. Und der Knast sieht diesmal ein bisschen anders aus, das kann man allerdings schon sagen, weil ich möchte die Knast jetzt nicht mehr immer nur so diese langweilige Form davon machen, dieses Quadrat ist praktisch gut, sondern wir machen das Ganze jetzt auch ab und zu mal ein bisschen, ja, abgerundet kann man das ja nicht nennen. Vielleicht ein bisschen verschönert, ja, also ein bisschen mehr auf Form, ein bisschen mehr auf Optik geachtet, wobei natürlich auch trotzdem alles drin sein müsste. Also soll haben tun, ihr wisst schon, ne, ihr wisst ja Bescheid. Download-Link für den ganzen Quatsch ist wie üblich in der Beschreibung, bis ich bei Steam diesen ganzen Quatsch da hingekriegt habe. Ansonsten, irgendwann gibt es den bei Steam zum Download, also die ganzen Knastgedöns-Sachen, die ich baue, weil da wird echt relativ häufig nachgefragt, ob ich die nicht zum Download stellen könnte. Wie gesagt, der Link ist immer unten in der Beschreibung, da steht vielleicht nicht unbedingt Download, da steht dann Website, aber das macht nichts, es hat den gleichen Zweck. Ansonsten, das wird dann irgendwann, ich denke mal, dass ich das Anfang nächsten Jahres hingekriegt habe, endlich den Scheiß auch mal in den Steam-Workshop zu stellen, beziehungsweise über die Community-Seite auf Steam auch mal so einzurichten, dass sie funktioniert und dann können wir uns den ganzen Quatsch überumständlich über meine Webseite rüberleiten sparen. Das war das Wort, was mir gerade nicht einfiel, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen und so lange machen wir das einfach ganz gewohnt über Standard-Download. Nicht wahr? Gut. Aber dann auch geklärt, war vielleicht ganz mal wichtig. Jetzt hatten wir gerade schon zweimal Pray for Paris. Jungs, was soll das? Und warum werde ich immer dicker nur vom Essen von diesen kleinen Klößchen hier und realisiere einfach nicht, warum ich so groß geworden bin, ohne jemanden anderen zu fressen. Ich möchte auch dabei selber übrigens nicht gefressen werden. Danke, ich möchte mal ganz schnell hier weg. Pray for Paris, hallo, was geht bei dir? Oh, das scheint doch sehr groß zu sein hier. Können wir vielleicht irgendwie hier weg? Hallo, hallo, ich möchte nicht von Fabo gegessen werden. Danke. Ich wollte nur einen Teil von Fabo nacheben aufessen, wenn es okay war. Der möchte jetzt natürlich den anderen Fabo gerade vollfüttern, um uns dann heftig... Ah gut, okay, er hat sich den anderen gesnackt, das finde ich aber nett. Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Ah, jetzt hat es sich wieder gefangen. Ist doch schön. Pray for Paris ist ganz groß geworden. Das möchte gerade Bananen essen, wenn das denn klappt oder nicht. Bananen scheint sehr groß zu sein, beziehungsweise genauso groß zu sein wie wir. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Hat natürlich wieder nicht funktioniert. Pray for Paris mit einem Smiley, mit so einem Zwinker-Smiley dahinter gibt es jetzt auch. Der war gerade eben unten auf der 10 am Leaderboard, aber na gut, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Luki, ich dachte erst Lucy wegen dem Herzchen dahinter, aber es war Luki. Druggie-Cell, okay, interessant. Apropos, ähm, apropos Skins, wenn ich da gerade mal drüber nachdenke. Ich wollte mich ja eigentlich auch damit beschäftigen, ähm, mal, 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 mal hier mich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen, was so alles andere an Agar noch zu Funktionen zu übrig gibt. Da werden wir uns auch noch mit beschäftigen, allerdings bitte, äh, irgendwann nach diesem Wochenende, weil ich hab schon wieder zu viel Quatsch zu tun. Es ist schlimm. Es ist, man hat immer nie mehr Zeit. Das ist, oh, oh, so schlimm aber auch. Je suis omnipotent, was? Na, whatever. Ich muss manchmal nicht verstehen, was die da so für Namen hinschreiben. Ich meine, meiner ist natürlich innovativ wertvoll. Wir werden jetzt vermutlich gleich von dieser Zelle gefressen, wenn die sich splittet. Deswegen, ähm, wandere ich gerade mal um dieses grüne Ding drumherum. Gott sei Dank sind wir als kleinere Zelle immer ein bisschen schneller. Ich finde das Spielprinzip ja gar nicht mal so schlecht. Oh, Mami, ich will weg. Hilfe, bitte nicht, danke. Ramnam ist da vorne, da unten ist Purs und der Rest hat einfach wieder... Es geht wieder, warum geben so viele Leute, ist das so ein Trend oder sowas bei Agar? Dass man da keinen Nickname angibt oder sowas. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz was essen, tut mir leid. Ist das ein Trend geworden oder sowas? Es gibt immer so viele unbenannte Zellen. Da frage ich mich, warum? Ich denke, euch kann man doch nicht auseinanderhalten. Ihr habt teilweise die gleichen Farben, weil es so viele von euch gibt. Oben ist Bob Marley, das ist doch schön. Ich check das nicht. Gut, wenn man natürlich, wenn einem gar nichts einfällt als unbenannte Zelle, dann nennt man sich so wie unser jetziger Platz Nummer 7. Das war ungefähr sein Name, ja. Das war original buchstabiert. Ach so, ein Schwachsinn. So, komm, du da unten siehst uns doch. Ach, der sieht uns so einen Scheiß. Ich muss mal wieder zusammenwachsen, sonst bin ich gleich wieder... Sonst werde ich gleich heftig von hinten anal penetriert. So heißt das doch, oder? Ja, danke schön fürs Zusammenwachsen. Oh, na, das hat uns ja auch viel genutzt mit Bob Marley. Jetzt kommt er auf Platz Nummer 4. Ist das Platz Nummer 4? Ja, ernsthaft? Wie fett ist dann der Rest da drüber? Ich meine, ich habe da diesen roten großen gerade gesehen. W gleich pro Koop wird das wohl gewesen sein. Also denke ich jetzt einfach mal. Da unten ist noch irgendjemand. Den würde ich jetzt ganz gerne aufessen. Das klappt nun wieder nicht. Ja doch. Also zumindest den zweiten Teil davon habe ich schon mal gefressen. Das ist doch schön. Ach, wir werden größer. 924 momentan. Unsere Punktzahl ist doch was Schönes. Ich habe übrigens, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber ich habe in der, in, 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 irgendwann mal bei YouTube, man kriegt, wenn man auf YouTube Videos, der eine oder andere wird das kennen, ja. Ähm, man kriegt, ich möchte wehdrücken, da, Entschuldigung, für irgendwen wird es wohl gut sein. Ähm, man kriegt auf YouTube, wenn einem Kommentare geschrieben werden und wenn man die E-Mail-Funktion anhat, dann ist das ja, oh, Bob Marley war größer als ich dachte. Äh, von dem will ich aber gerade nichts, weil, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst. Ähm, dann kriegt man natürlich auch, äh, oben einmal bei diese Google dämliche Plus-Funktion gedöns, da oben rechts in der Ecke, da kriegt man einmal diese Meldung, dass, äh, also diese komische Glocke mit der 1 darüber, dass irgendjemand einen Kommentar geschrieben hat oder mit irgendwelcher Zahlen darüber, ist ja eigentlich relativ egal. Und man kriegt natürlich auch, wenn man die E-Mail aktiviert hat, auch eine E-Mail. So, und wenn man allerdings eine E-Mail kriegt, so wie ich, dann sehe ich das wenigstens auch auf dem Handy, weil meine YouTube, ey, ich habe, äh, total, tollen, ja. Ich, es ist für mich einfacher, über die E-Mails zu interagieren, als über die ganze Quatsche mit, äh, YouTube erstladen und Kommentare darüber antworten und so einen ganzen Quatsch. Deswegen, äh, sieht das bei mir immer so aus. Bob Marley, bitte nicht. Och, komm schon. Warum ist denn der so fett, so schnell? Och, Bob Marley, was war das denn jetzt für eine Aktion? Das hat ja ganz toll funktioniert. Gott sei Dank. Hu, ähm, wo war ich? Ähm, ach so. Ähm, und wenn man diese, man kriegt ja dann eine E-Mail und ich habe dann, deswegen kriegt man ja auch E-Mails von Leuten, die Kommentare unter Video schreiben, die jetzt schon etwas älter sind. Ja? Und da habe ich jetzt letzten Tage oder letzte Woche oder so war das, eine E-Mail gekriegt von jemandem, der hat einen Kommentar geschrieben unter mein, mein zweites oder erstes Agar-Video. Das ist jetzt, wann war das denn? Äh, im April, ne, im Mai muss das gewesen sein. Das war irgendwo im Mai, glaube ich, war das erste Video von Agar, wo das rausgekommen ist. Ich konnte das jetzt hier nachgucken. Ich habe hier meine Zettelwirtschaft liegen, aber, ähm, das dauert jetzt zu lange, das rauszusuchen. Also im Mai oder so und da hat er jetzt einen Kommentar drunter geschrieben. Er oder sie, ich weiß es nicht. Und dann kriege ich so einen Kommentar da drunter, wo mir dann vorgeworfen wird, dass ich so schlecht in Agar wäre und bla bla bla. Ich habe jetzt schon so und so 4.000 Punkte hingekriegt, gucke jetzt hier mal, gucke dir meine Videos an, die sind viel besser und so ein ganzer Quatsch. Ja, geht an, ja. Ich habe sehr, sehr viele Spam-Kommentare, aber das ist in meiner Größe auf YouTube auch komplett normal, dass man irgendwie 50.000 Mal vollgemüllt wird mit irgendwelchen Quatsch-Spam-Quack-Gedöns. Danke, dass ihr einen Kommentar schreibt. Danke, dass ihr irgendeinen Scheiß da reinschreibt. Danke, dass ihr das Video angeklickt habt. Toll. Vielen Dank, aber ich ignoriere euch. Ja, so wie normalerweise auch. Ich fand das nur recht witzig, dass jemand unter einem Video von vor einem Jahr sich darüber lustig macht, wie schlecht man denn spielen kann. Das Spiel hat doch vor einem Jahr überhaupt erst, also was heißt vor einem Jahr, von einem halben Jahr ist das ja mittlerweile ungefähr erst. Das hat da vor einem halben Jahr ungefähr erst angefangen, populär zu werden. Oder ich weiß auch gar nicht, wann es entwickelt worden ist, also seit wann es Agar gibt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich fand es recht witzig. Ja, also guckst du so in deine E-Mails, neuer Kommentar unter ihrem Video, bla bla, agar, Hashtag, sonst was. Und dann weiß ich ja noch nicht, von wann das ist. Und dann gucke ich so drauf. Oh, ja. Irgendwann im Mai hochgeladen, kann auch Juni gewesen sein, ja, aber ungefähr. Und dann schreibt ja jemand sowas drunter. Ich dachte mir dann so, okay, kannst du kein Datum lesen. Ich meine, YouTube hat diese tolle Funktion, dass es in den Serverskripten drinstehen hat, dass es anzeigt, beziehungsweise reinschreibt in die Videobeschreibung oben in FET, wann das Video rausgekommen ist. Bob Marley, wir müssen hier weg. Wann das Video rausgekommen ist. Das ist recht witzig, dass das kein Mensch liest. Ich achte da sehr drauf immer. Immer wenn ich mir ein Video angucke, gucke ich immer daran, wann es rausgekommen ist. Na, der könnte ein bisschen größer sein, als wäre ich. Geh mal besser weg. Tja, also es ist nur so eine Geschichte, die mir gerade noch einfiel. Es ist, wenn man so unter einem Video kommentiert, man sollte schon noch wissen, ob das überhaupt noch aktuell ist, das Thema, ja. Das ist so, als würde ich jetzt gerade, aktuelles Thema, ja, zu den Terroranschlägen von 9-11 schreiben. So ungefähr ist das. Als würde ich jetzt über 9-11 anfangen zu schreiben und mich darüber aufzuregen, was da passiert ist und die wildesten Verschwörungstheorien anfangen, so aufzuschreiben. Äh, Dafuk, ja, das juckt keinen Menschen. Also, es juckt sicherlich einen Menschen. Davon gibt es leider genug auf der Welt, dass es durch sieben Milliarden Menschen irgendeinen wird es wohl interessieren. Ja, klar. Aber das macht keinen Sinn. Ja, also ich glaube, ja, ne? Ich hoffe mal, ich habe das so ein bisschen rübergebracht. Ich fand es nur recht witzig. Ähm, hätte ich nicht mitgedacht, dass man sich Videos von damals anguckt und dann noch drunter schreibt. Ich meine, warum, ja? Ja, dazu muss man natürlich auch sagen, ich habe ja auch, ähm, bei, bei, äh, knapp 375 Abonnenten, standardmäßig oder vielleicht sind es auch heute 375, ich weiß es nicht. Ähm, habe ich ja, ähm, standardmäßig, äh, durchschnittlich am Tag drei bis vier Kommentare. Die kann man ja auch alle schön lesen und auch alle wundervoll beantworten. Da muss man sich ja gar nicht drum rumdrücken. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, Entschuldigung, ihr schreibt so, ich kann nicht auf jeden Kommentar eingehen, dann hätte ich einfach keine Lust. Weil, ehrlich gesagt, kann man das bei so wenig Leuten, die da kommentieren, vier, drei, vier Leute, die kommentieren, das ist ja, das kann man ja noch lesen. Ähm, ja, aber, äh, deswegen fällt mir sowas dann natürlich auch auf. Wenn ich einfach sagen würde, ich ignoriere irgendwie, äh, alle möglichen Kommentare einfach oder ich habe keinen Bock darauf zurückzuschreiben, dann, ähm, ja, ne, hätte das keinen Sinn. Dann würde mir sowas auch nicht auffallen. Aber dadurch fällt einem sowas dann natürlich auch auf, wenn man sich die Liste mal durchgeht. Hey, Lixblechle, haben wir doch mal ein Thema gefunden für heute. Was ist denn das da? WWE, da ist irgendwer anders. Zuckabiertz, äh, QMZJHDUJ. Tobi, so totally Tobi, da unten. Ach, schön. Ich kann übrigens vielleicht mal, das muss ich eigentlich mal machen. Ich muss eigentlich mal wieder, ähm, eigentlich muss ich ja indirekt mal Werbung machen. Es gibt, ähm, ich, ich schaue ja sehr viele englischsprachige YouTuber. Ähm, also hauptsächlich, weil, ist so, kann ich mich mit identifizieren, deswegen gucke ich mir das an, dann denke ich mir so, jo. Ähm, ich kann eigentlich sehr, sehr gut, also der, vielleicht kennt, ich fange mal anders an, vielleicht kennt ja die ein oder anderen von euch, The Yorkscast, oder The Yorkscast, nein, nicht sie, The Yorkscast, Entschuldigung. Ähm, das sind englische YouTuber, also die kommen aus, ich verwechsel übrigens immer, Bristol macht keinen Sinn, Birmingham macht auch keinen Sinn, kommen die aus Birmingham? Keine Ahnung. Irgendwo aus England und, äh, die machen sehr, sehr interessante Videos, zumindest wenn man den Humor mag von denen, das ist ja immer natürlich die Frage, ansonsten findet man Videos ja auch nicht lustig. Sind übrigens irgendwie, äh, ziemlich, ziemlich, also sind glaube ich die größten englischen YouTuber, nicht englischsprachigen, sondern englischen YouTuber, abgesehen von PewDiePie, aber der zählt ja ursprünglich als, aus Schweden, deswegen wird der so nicht gelistet. Ähm, die machen jedes Jahr auf Weihnachten, oder in der Weihnachtszeit ab dem, ab dem ersten Advent oder so ungefähr, ich schätze ungefähr ab da, äh, machen die weihnachtlich immer, äh, Livestreams auf Twitch, so einen sogenannten Jingle Jam, der geht dann vom ersten, ich glaube, dass es vom ersten, äh, Advent ist bis, tatsächlich auch Weihnachten, also bis zum 24. Abends. Ähm, so lange machen die jedes Jahr einen, einen, einen Twitch-Spendenlauf, einen Spendenlauf für wohltätige Zwecke von verschiedenen Vereinen und sowas. Letztes Jahr hatten, was hatten sie letztes Jahr zusammengekriegt, dadurch, dass sie natürlich englischsprachig sind, sind sie auch entsprechend, ähm, sagen wir mal, erreichen die natürlich auch mehr Menschen und deswegen, also ich glaube, letztes Jahr hatten sie etwas mehr als 500.000 Dollar zusammengekriegt, äh, Pounds oder Euro oder was auch immer. Es ist ja ungefähr sowieso das Gleiche, deswegen ungefähr 500.000, äh, Euro sind zusammengekommen damals, die dann auch gespendet worden sind, was ja wirklich eine sehr, sehr große Summe Geld ist und, äh, ich mache da übrigens auch jedes Jahr mit, das ist eigentlich ganz schön, wenn man sich die Streams so anguckt. Wenn ihr also, ähm, euch, wenn ihr also halbwegs Englisch sprechen könnt und irgendwie mit dem Humor von denen was anfangen könnt, da müsst ihr euch die natürlich angucken, aber dann kommt das ja drauf an, ist übrigens auch Let's Play im Hauptsinn, dann, ähm, kann ich nur empfehlen, sich da an Weihnachten vielleicht mal, also nicht an Weihnachten selbst, sondern, ne, natürlich die Vorweihnachtszeit ist sehr schön, um, ähm, sozusagen, sich diese Streams anzuschauen, weil das wirklich sehr schön ist. Das kann ich also wirklich nur empfehlen, das mache ich auch jedes Jahr, das ist so, äh, sowas, was mir auffällt, weil es ja im Prinzip nicht darum, also wirklich um einen wohltätigen Zweck geht und da kann man natürlich auch gerne mal für Werbung machen. Jo, hab ich das auch mal gesagt, ne, kommen vielleicht zwei Leute mehr dahin, aber jede Person zählt ja sozusagen, die sich das anguckt oder die hinterher tatsächlich auch was spendet, deswegen, äh, ja, wollte ich das jetzt nur vielleicht mal eben angesprochen haben. Es ist nämlich sehr, sehr schön, G ist wirklich toll, deswegen. An dieser Stelle vielleicht mal kurz eine kleine Information, aufgrund der extremen Länge des Videos, na, was heißt extrem, aber aufgrund der engen Zeitbemessung, die ich heute habe, wird dieses Video an dieser Stelle mal kurz geschnitten und der zweite Teil davon kommt, wie üblich, morgen als Folge raus, denn leider habe ich heute nicht so viel Zeit, eine 30 Minuten, na, was heißt 30 Minuten, wie viel haben wir denn jetzt hier heute, ich sitze hier gerade am Schnittprogramm, Alter Jungs, was ist denn hier los hier, ja gut, eine etwas mehr als 45 Minuten Folge kann ich leider heute nicht, nicht hochladen, dafür zählt mir leider einfach die Zeit, der zweite Teil dieser Folge kommt also morgen raus, mit, ähm, interessanten Wendungen, kann man sagen, und, äh, deswegen freue ich mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid, bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao und cheerio.